Mir gefällt an der Kinder- und Jugendpsychiatrie, dass man auf die Beziehungen guckt und ich habe mich für den Beruf entschieden, weil mich das Warum interessiert und mit dem Warum Familien unterstützen zu können. Und mich hat bekräftigt, dass ich in meinem ersten Jahr eine meiner ersten Patientinnen hatte, die sich nach mehreren Jahren nochmal wieder gemeldet hat und gesagt hat, sie haben die richtigen Fragen gestellt. Aber ich konnte sie damals nicht beantworten und sich später nochmal für eine längere Behandlung bei uns entschieden hat und einen guten Weg in ihr Erwachsenenleben genommen hat.